Hey Coach, lass uns loslegen. Wir müssen eine Challenge gewinnen. Na ja, fang schon mal an. Ich komme gleich dazu. Okay. Thomas, stopp langsam. Erstmal Grundlagen. Wir fangen mal klein an. Walze, Farbe, Pinsel. Damit fängt man an. Alles klar. Jawohl, jetzt weiß ich Bescheid. Eins habe ich schon gelernt. Bei meiner ersten Challenge haben die Konkurrenten das Ganze im Schnee erst wahrscheinlich nass gemacht. Was ist da der Grund? Die waren clever, die Jungs. Die haben euch gezeigt, wie es geht. Nein, das haben sie nicht. Die haben uns nur abgezockt. Das ist ja trocken. Und die Dispersionsfarben, die reagieren halt sofort. Wenn etwas trocken ist, dann wird die sofort fest. Einmal eintunken. Ja. Und dann so raus, so ein bisschen abstreifen. Damit nicht zu viel Wasser ist. Und jetzt machen wir ein klein bisschen Sauerei, aber es ist ja nur Wasser. Ja, so gerade. Und dann so. Okay. Ja, wunderbar. Genau. Dann schön von hier weghalten und richtig. Ja, gebe alles. Ja. Das ist super. Stefan, das sieht doch jetzt gut aus, oder? Ja, super. Echt klasse. Kann ich jetzt rüber gehen? Jetzt können wir rüber gehen. Jetzt bist du fit. Ja, super. Sehr gut. Na, überrascht? Du bist Profi-Maler und meinst, du kannst mich immer noch schlagen? Dann bewirb dich für das Rückspiel von Mahler gegen Müller und fordere mich heraus. Aber erst noch mit dem Ball trainieren. Sonst kannst du es gleich vergessen. Jawoll! Ha! So sieht's aus. Ach, Thomas, das war nix. Ja, okay, Coach. An der Zeit können wir noch arbeiten. Ja, das war nix. Ja, ja, gut. Du bist kein Problem. Ja, das war nix. Untertitelung des ZDF, 2020